Hallo, mein Name ist Anto Mitrovic. Ich bin 15 Jahre alt und lebe in der Umgebung Wien. Ich habe die Lehre als IT-Betriebstechniker gestartet, weil ich mich schon früher daran sehr interessiert habe. Den Flughafen Wien habe ich ausgesucht und als Zielpunkt genommen für den Arbeitsplatz meiner Lehre, weil es einen sehr guten Standort hat. Ich komme gut hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei meinen Freunden kommt es cooler an, wenn man zum Beispiel sagt, ja schau mal, ich arbeite beim Flughafen. Ich bin Marcel Ustic und bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Wien und mache die Lehre als IT-Betriebstechniker, da ich schon immer eine Leidenschaft für alles mit Computern zu tun hatte und Hardware und Software. Wien ist mein Traumberuf eigentlich, weil als internationales Unternehmen habe ich viele Möglichkeiten, ist abwechslungsreich und kann viel mehr bieten als ein kleines Unternehmen oder Unternehmen, die nur in Österreich aktiv sind. Und dazu ist es anders als andere Jobs. Also als IT-Betriebstechniker zum Beispiel arbeitet man an den Ticketmaschinen, man kann Druckpatronen austauschen, Bildschirme austauschen, also sogenannte Airpoints, Patching in Serverräumen, Kameras anschauen, die ganzen Systeme im Office, Handys aufsetzen und so weiter.